Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder da seid bei diesem wunderschönen Wetter. Nicht? Ich weiß nicht, für wen ich mir jetzt Wellen gemacht hatte. Naja, ich treffe mich gleich mit der Hefa von den Imhofs. Falls ihr sie noch nicht kennt, dann schaut unten in die Beschreibung. Dort habe ich ihren Kanal verlinkt, also von ihr und ihrem Mann. Sorry, Peter. Wir haben heute nämlich ganz Großes vor. Aber wir wollen meine Oma überraschen und ich bin so super gespannt, wie sie reagieren wird. Aber ich will es gar nicht so spannend machen. Es wird ein toller Tag heute. Friede ist in der Kita und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja, manchmal kommt es ja doch anders, als man denkt. Eva hat sich ein bisschen verfahren, beziehungsweise meine Straße, in der ich wohne, die gibt es zweimal. Und Eva ist natürlich direkt zu Anna gefahren, obwohl sie schon mal bei mir war. Schon zweimal, glaube ich, sogar. Ja, ja. Jetzt ist es, wie es ist. Und ich bin zu meiner Oma gefahren und jetzt haben wir uns bei meiner Oma getroffen. Beziehungsweise laufe ich jetzt hin. Oh, ich bin gespannt, wie es wird. Übrigens sage ich eben noch zu Markus, äh, meinst du, ich kann Lederhacker anziehen? Wir sitzen ja eigentlich nur im Auto. Ja, kannst du machen. Oh, ich muft's. Oh, ich sehe Evas Auto schon. So, haben wir alles? Ja. So, was machen wir denn jetzt? Also, meine Oma, ich muss mal die Geschichte dazu erzählen. Meine Oma, immer wenn ich so sage, ja, die Eva, ach, die Eva, die vom Guten Morgen Fernsehen? Ja, die, das ist ja schau, sagt sie immer. Das ist ja schau. Wie soll ich sagen? Und schau, also schau ist so schön. Schau habe ich dir nie gehört. Ist das so ein Berliner-Styler? Weiß ich nicht. Was regnet voll nur meine arme Kamera. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie es, aber ich weiß nicht, ob sie was ahnt, weil sie hat mich einmal hinterfragt. Und vielleicht habe ich ja in einem Vlog mal erzählt, dass ich, äh, mich gefragt habe. Und ich weiß ja, vielleicht irgendjemand aus meiner Familie gepetzt hat. Aber sie hat einfach nur gesagt, ich so, Oma, wir kommen dann und dann und bitte das und das. Und die so, okay, habe ich einmal gefragt oder so. So, hier müssen wir rein. So, mal gucken. Na, wie geht's? Ja. Ich habe gedacht, ich stelle dir mal jemanden vor. Jemand vom Fernsehen. Können wir reinkommen? Na, rein. So, Oma ist ganz schön überrascht. Und Oma hat gesagt, Eva sieht im, im realen Leben jünger aus. Ja, 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 also noch, noch schöner. Ich gehe durch, ich gehe durch. Du kannst hier vorne sitzen. Na, na, ja. Boah. Haben wir doch wieder gerufen. Und Eva sagt, es ist auch mal schön zu sehen, wie meine zu scheue Leben zu Hause. Vor allem dann auch deine Oma, das ist ja toll. Guck mal, da oben ist übrigens ein Foto von mir. So mein erstes analoges Fotoshooting damals. Also auch richtig mit Filmen, also so mit Entwickeln und so. Mit Piercing habe ich schon gesehen. Ja, stimmt. Ah, ist jetzt noch drin. Nee, ah, ist draußen. Wir sind immer noch bei Oma. Oma, jetzt erzähl mal, wie ist es denn, wie ist es denn, die Eva hier zu haben? Warte mal, Ate. Warte mal, Ate. Soll ich rausgehen? Nee. Ich war. Hab ich dich denn überrascht? Ist die Überraschung gefühlt? Total überrascht. Eigentlich hatte ich ja mit deiner Mama überschneid. Aber ich habe schon zu den Zuschauern vorhin gesagt, ich sage, Oma ahnt bestimmt was. Sie hat nämlich nicht hinterfragt. Aber sie dachte, ich habe es eben schon gesagt, sie sagte, dass meine Mama mitkommt. Genau. Ja. Und nun war ich angenehm überrascht. Angenehm überrascht. Dass ich so eine berühmte Persönlichkeit bei mir zu Hause habe. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Kaffee getrunken und Kuchen gegessen und ganz viel geschnattert. Das wird jetzt Runden gehen. Ja. Ich bin nämlich überall schon angesprochen worden. Wir sind fertig. Mal, was anderes. Und jetzt ziehen wir uns an. Ich stelle mal die Kamera hier hin. Soll ich schreiten? Ach, wo? Oma, du kannst ja mal ein bisschen vloggen hier so. Und dann kannst du mal in die Kamera erzählen. Erzähl mir was, Oma. Oh, du Gott. Die Oma, du kommst auf euch. Auf euch, ja. Oma, du kannst doch was in die Kamera sagen. Meine Zuschauer finden dich so sympathisch. Das haben sie alle gesagt. Ich auch. Alle haben gesagt, deine Oma ist so toll. Genießt die Zeit. Genießt die Zeit, genau wie mit den Kindern. Wirklich? Sie werden so schnell groß. Sie werden so schnell groß, genau. Ah, so. Guck mal, hier haben sie alles an der Erde gelegt. Ja. So, es war mir ein Fest. Es war mir auch ein Vergnügen. Die werden nochmal größer oder Tücher? Ja, guck mal, der da. Das liegt nur daran, weil wir so klein sind. Genau. So, achso, das hier packe ich mal ein. Also, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Ja, klar. Und dann bestimmt bis bald wieder, ne? Tschüss. Schönen Abend heute. Ja, danke. Pizza. Lasst es euch schmecken. Ja. Und wir sehen uns Mittwoch bei Papi. Und wir sehen uns Mittwoch und dann können wir alles nochmal absprechen, ne? Ja, genau. Bis dann, Oma. Tschüss. 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 Und ich wette, bei Oma geht jetzt aber ins Telefon und erstmal alle ihre Freundinnen anrufen. Und alle Familie, ja. Das war aber echt eine super liebe Oma. Danke. Woher hin? Hoppala. Die war richtig aufgeregt. Ehrlich? Ja, man hat es einfach angemerkt, es hat mir so richtig leid. Oh nein. Weil sie hat so, sie hat so, sie hat probiert, so Hochdeutsch zu reden. Und daran merkt man immer, daran merkt man immer, ob sie aufgeregt ist. Ich mag das ja, wenn Oma so Berlin hat. Ich dachte nur, oh, vielleicht denkst du in die Schwabra-Schöneberger-Stunde vor der Tür. Und dann bin ich's nur. Nee, nee, nee. Die hat sich sehr gefreut. Ach, das freut mich, Melli. Ach, wie schön. Schön, dass du's einrichten konntest. Ja, also klar. Das hat mir schon lange vor. Ich freu mich, dass ihr's einrichten könnt, dass ihr zu uns zur Pizza fahren könnt. Oh, ich hab jetzt schon Hunger. Ich hab mich vorhin schon jetzt am Kuchen, hab ich mich voll gegessen, weil ich so'n Hunger hatte. So, ich mach mal aus, war mir ein Arbitrat. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause wieder angekommen. Eva fährt ganz nett Auto. Ganz, ganz vorbildlich. Ja, ja. Und wir trennen uns jetzt für kurze Zeit. Dann hole ich mit Markus die Friede ab und dann fahren wir ein Geschmier zu euch. Ja! Dann gibt's Pizza! Genau. Ich werd jetzt gleich mal alles kleinschneiden und so und auch die Girls noch schnell holen. Ich hab gesagt, ich würde helfen, aber sie wollen keine Hilfe. Nein, der Peter hat gesagt, also wenn Gäste kommen, muss alles tipptopp fertig vorbereitet sein. Der hat gesagt, ne, also das geht doch nicht, dass unsere Gäste kommen und dann fängst du an zu schnippeln. Dann hat er gesagt, geht's eigentlich noch? Also, lieber Peter, ich habe damit überhaupt, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Bin aber natürlich auch froh, wenn ich nichts machen muss, ne? Also, ja. Deshalb heißen ja Gäste, Gäste und nicht irgendwie schnippler. Schnippler. So, warte mal, achten. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin wieder zu Hause. Und wir holen jetzt auch gleich die Frieda ab. Beziehungsweise, Markus, du wolltest duschen gehen. Ich hab mir gerade die eine Szene schon mal angeguckt, wo wir eben in der Tür stehen und Oma total geplättet war. Ich hab meine Oma schon lange nicht mehr so strahlend gesehen, wirklich. Also, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht so gut. Also, wahrscheinlich, ihr kennt sie nicht so gut. Dass ihr, ähm, das einschätzen könnt, was für ein Strahlen das war. Aber es war ein sehr, sehr dolles Strahlen. Das kann ich euch sagen. Und es ist einfach immer wieder schön zu sehen, dass es nicht immer die riesen, krassen, großen Dinge sein müssen, ähm, die Menschen glücklich machen. Also, man muss nicht immer ein Haus bauen oder Millionen, äh, gewinnen. Es können auch einfach nur, nur sein, dass man seiner Oma jemanden vorerstellt, den man kennt. Ähm, deswegen, ich hab's beim letzten Mal schon gemacht und ich mach's jetzt auch nochmal. Wenn eure Oma noch am Leben ist oder euer Opa oder irgendjemand, den ihr sehr, sehr schätzt und sehr lieb habt, dann nutzt jetzt die Chance und die Möglichkeit oder den Reminder und ruft die an, schreibt ihnen oder lasst sie wissen, dass ihr an sie denkt. Ähm, das machen wir viel zu selten, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, ich hab auch gemerkt, dass gerade Anrufen meiner Oma immer viel bedeutet. Für uns sind das vielleicht fünf Minuten und wenn es überhaupt fünf Minuten sind, man kann auch einfach nur für 30 Sekunden anrufen und sagen, Oma, ich wollte dir nur sagen, ich denk grad an dich, ich bin unterwegs, bis dann, tschüss. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, ja, und ich hatte das ja im letzten Vlog schon erwähnt gehabt. Ähm, ich fahr mit Oma Aida und zwar geht's los Anfang März. Und, äh, wir freuen uns sehr, 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 sehr doll. Ähm, und zwar fahren wir mit der Aida Prima, ähm, die Hamburg-Metropolen-Tour. Und eine Woche, ähm, ich hab eine Veranda-Komfort-Kabine gebucht. 699 pro Person, ähm, Anreise mit der, mit dem Flexbus und Flexibus. Und dann vom Hauptbahnhof gibt's ein Shuttle. Too much information, I'm so sorry. Ähm, und, ja, ich freu mich auf die Zeit. Äh, jetzt wird die Frage kommen, ob Frieda mitkommt. Wir wissen's noch nicht. Ich hab sie erstmal mit eingebucht. Ähm, und wenn wir sehen, dass der Markus keinen Job reinbekommt, dann, ähm, bleibt die Frieda hier bei ihm. Weil dann, äh, nutze ich die Chance, mit meiner Oma mal alleine was zu unternehmen. Und wenn Markus einen Job reinbekommt, ähm, dann nehmen wir sie mit. Also, ich weiß, dass ihr das auf jeden Fall gefallen wird. Ähm, aber ich glaube, viele Mütter unter euch können mich auch verstehen, dass ich mit Oma noch ein bisschen Zeit verbringen möchte. Äh, auch wenn ich meine Tochter abgehörtlich liebe. Und ich glaube, das tut jeder, jeder liebt sein Kind. Ähm, aber so ein bisschen freie Zeit ist auch toll, vor allem mit seiner Oma zu verbringen. Ähm, ja. So, ähm, ich arbeite jetzt nur noch ganz kurz was. Und dann, äh, holen wir die Frieda ab und dann fahren wir eigentlich schon zu Eva. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oma. Und dann hat Eva sich so neben sie gebeugt. Und, äh, gesagt, also mit Oma so geredet. Und Oma so, ja, und, äh, jetzt hat man hier so eine Berühmtheit zu Hause. Und Eva so, oh, jetzt hätte ich ja glattwerks rot. Ah, das war ganz niedlich. Aber da sieht man mal wieder, das sind halt die kleinen Sachen, die einen glücklich, die andere Leute glücklich machen, weißt du? Ja. Und das ist so. Und ich hab gerade in der Dusche auch schon überlegt, jetzt das für deine Oma sind ja die, das ist ja so die letzten und nächsten Wochen, auch so ein volles Programm, ne? So irgendwie Eva kommt vorbei, du wirst mit ihr in der Stadt und wirst dann mal andere Ressons ausprobiert, jetzt gerade dann mit der Aida. Ja. Vielleicht blüht sie ja auch noch mal so richtig auf. Und schau mal. So, ähm, wir müssen jetzt die Pakete noch zur Post bringen, weil eigentlich sollte der Postbote heute kommen, eigentlich sollte der Freitag schon kommen, Freitag kann man nicht. Ähm, ja, jetzt müssen wir es zur Post bringen. Das ist ja super, glaube ich. So. Freitag auch nicht. Da kommt da rein. So, ich kann das nicht. Oh. Da kommt da rein. Da kommt da rein. Da kommt da rein. Ich weiß nicht, was mit Frau Holle los ist, aber dieser Regen nervt, reicht jetzt auch. Wir sind bei Eva und es wurde gerade dieses, oh Moment, wir müssen bleiben. Also, äh, kann ich vorstellen, den Peter, leider, leider in der Unschärfe, so, jetzt. Ey, mach mich scharf. Jetzt bist du scharf und die Eva auch und Markus, da ist auch, achso, ich muss sagen, ich muss es anschauen. Endlich über Kreuz. Schöne, dass ihr da seid. Ja, es ist halt endlich über den Kappen mit der Pizza. Ich will gar nicht sagen, wie lange, wie lange wir schon einen gemeinsamen Termin suchen. um Pizza zu backen. Da ist er übrigens. Halleluja, wir kriegen Claim. Ja, so, ich muss jetzt mal, jetzt, 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 jetzt mal Pause. Hier, Lilly, nicht den Vorhang runterreißen, bitte. Warum nicht? Warum nicht? So, und wer moderiert das Ganze? Jetzt kommt die berühmte Pizza-Hand her. Das ist ja, äh, das ganz normale Pizza-Hand, ja. Willst du jetzt ein bisschen Insider wissen? Ja, ja. Also der Teig, ganz, ganz, ganz normaler Pizza-Teig, besteht aus, äh, fünf, äh, ein Kilo Mehl, ein, ähm, Würfel Frischhefe, ähm, so ein, ganz wichtig ist, äh, so ein, äh, Esslöffel Olivenöl und ein Esslöffel Salz. Und das machst du aus dem Kopf oder hast du dann Rezept? Nö, das, das warst du auch schon, mehr kommt da gar nicht rein. Das musst du dann so richtig kneten zu einem Teig, ganz, ganz lange. Und dann musst du ja sechs, äh, sechs Stunden lang gehen. Dann musst du ihn, ähm, das werden sechs, äh, Pizzen draus, musst du ihn sechs kleine Porzönchen teilen und dann nochmal ein bisschen kneten und dann nochmal drei Stunden gehen lassen. Und dann, ähm, geht's los. Wichtig ist, dass der Teig ein bisschen salzig ist. Dass er also im Prinzip, alle, alle Komponenten bei der Pizza müssen für sich immer schon so einen kleinen Geschmack haben, ne? Verstehst du? Also der, der, der auch schmeckt, ne? Genau. Der Pizzateig ist ein bisschen salzig und genauso wie diese Tomatensauce, da macht man ja auch nur so Tomatensauce drauf, sondern man macht halt so einen Sugo. Ich esse besser, statt ich koche. Sugo. Also, ähm, ihr wisst jetzt, wie es geht, Leute. Und wir kochen auch die Männer. Und falls ihr das noch nicht wisst, äh, dann guckt einfach auf den Kanal von, von den Immo's und dann habe ich das, glaube ich, mehrere Male schon erklärt. Was ist das denn für ein Ofen? Was ist das denn für ein Ofen? Das wurden wir auch gefragt. Toll, dass du fragst. Das ist ein originaler Pizzaofen. Bei einer, bei einer richtigen italienischen, ähm, Stahlofenpizza brauchst du natürlich auch eine entsprechende Temperatur. Die kann so einen Backofen natürlich in ganz normaler Lüge leisten. Deshalb brauchst du einen Pizzabackofen, der bis zu 400 Grad von oben und von unten macht. Das ist ja ein Zufall, dass genau so ein Ding hier steht, oder? Also, ich meine, das ist ja, erleichtert alles um einiges hier. So, Eva, darf ich Elsa sein? Ich bin Anna. Aber guck mal, du hast ja schon ein Einhorn. Oder ich bin Olaf. Deine Rolle ist schon, äh, auf jeden Fall bestimmt. Oder ich bin Olaf. Ja. Was? Äh, wer bin ich? Christoph. Sven. Du bist Sven, ja. Ich glaube, ist das das Rentier, das Pferd? Ich glaube, oder? Oder das Pferd. Gibt's ein Pferd? Ja, wie ist das Pferd? Vom Rentier. Gibt doch ein Pferd, oder? Ja. Verwechselst du das jetzt mit Rapunzel? Ja, ich glaube, das ist ein Rentier oder ein Elch. Oder ein Elch? Ja, irgendwie sowas. Wir belassen es einfach bei Elch. Aber das ist der Typ von dem Elch. Christoph. Was? Das ist eine Pizza, aber die ist noch nicht ganz fertig. Was hast du gerade gesagt? Was möchtest du denn trinken? Ich habe mir eben gerade mein Glas gefüllt. So, lass uns einfach schon essen. Guck mal, Peter, der Weichzeichner. Der geht immer noch auf einen. Ja, musst du auch, dass er sich runterfällt. Boah, das ist ja der Mega. Ich will auch die Kamera. Guck mal hier. Guck mal da. Oh, ich sehe auf einmal so gut aus. So weich gezeichnet. Na hier, ich habe dort die Saskia und die Donia getroffen. Sie haben beide so reingeguckt und dann beide so... Oh Gott, oh Gott, das ist der Internetfilter. Oh. Das ist ja total toll. Deswegen, meine Neue, die hat auch... Ihr Mädels, ihr beide braucht doch kein Weichzeichen. Ihr seht doch in der Tour aus, die weiche Zeichen. Aber guck mal, wie toll die Kamera ist. Du musst ja jetzt wieder draufdrücken, so, ne? Der Kleine. Der Kleine. Die Kinder gucken nicht. Paw Patrol. Paw Patrol. Kennen eure Kinder auch Paw Patrol? Und sagen sie Paw Patrol oder Pawpyshow? Nee, du musst nicht so vieler gehen. Pawpyshow. Pawpyshow. Weil die Lea Luisa sagen auch. Pawpyshow. Pawpyshow. Das ist aber auch so schmiertes Wort. Ja. Wir haben eine Zeit lang immer gesagt, sind sie voll böse geworden. Wir haben immer gesagt, wir wollen Pawpyshow gucken. Pawpyshow machen wir Pawpyshow. Ich meine, was ist das? Ja. Dann legst du dir auch, dann legst du Wasser und dann irgendwann so... Das mit dem Hund. Ach, Paw Patrol. Ah. Ja, genau. Da hab ich doch. Da gibt es jetzt ein Büchlein. Von Peter und Eva im Hof. Bei uns läuft's... Kacka. 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 Ja. Ja. Und, ne, ganz wichtig. Vater als Eltern aber richtig. Wir haben uns vorhin im Auto schon unterhalten darüber und ich bin richtig gespannt. Und ich werde das Buch Markus auch mit auf Eder nehmen. Ja. Und abends vorlesen. Ja. So ein Sprach. Von denen läuft's ja nicht Kacka. Ja. Ne. Ne. Aber das sind so Geschichten, ne. Also wir haben ja festgestellt, ne. Ja, ich hab mein ganzes Gehirn da ausgesaugt. Ähm. Es gibt ja so Themen, über die Eltern nicht so gerne reden. Aber wenn man's einmal so anspricht, ne. Dann sagen alle so, ah, ja, stimmt. Bei uns ist es genauso. Also wir haben immer gedacht, ne. Man sieht ja vor allen Dingen auch im Kindergarten immer, so hat man ja das Gefühl, bei allen anderen läuft's super. Nur die eigenen Kinder laufen immer in zwei verschiedenen Socken rum, ne. Äh. Wir vergessen immer regelmäßig Handschuhe und Mütze und so weiter, ne. Also wir haben irgendwie ständig das Gefühl zu scheitern. Und bei den anderen läuft's immer toll. Und dann haben wir gesagt, wir schreiben das mal auf, ne. So diese ganzen Geschichten, wo wir mega gescheitert sind und wie wir dann aber da ne Lösung gefunden haben. Und ich glaube, viele fühlen sich leichter, wenn sie es lesen. Ich bin, ich bin gespannt. Da passt es ja gerade nicht. Ich hab instinktiv die richtige Seite aufgeschlagen. Notruf an die Flasche und weh. Ja. Ja. Man muss es nicht zeigen. Ja. Übrigens, also, äh, äh, ähm, Eva signiert das Ganze jetzt, ne. So. Also einmal für mich natürlich. Und, äh, Eva war so nett und hat, ähm. Ist das doch für... Ja. Ihr müsst euch anfangen. Ihr dürft noch eins, äh, ihr könnt dann noch eins verlosen. Nein. Äh, die beiden, äh, zeig doch mal. Die beiden, äh, äh, verlose ich an euch, wenn ihr möchtet. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut jetzt mal in die Infobox. Dort hab ich die alle, die Teilnahmebedingungen, äh, hineingeschrieben. Und, ähm, guckt auf jeden Fall mal auf dem Kanal von Eva und, äh, Peter vorbei. Da gibt's, äh, viel halt. Die haben halt Zwillinge. Haha. Ähm, scheitern immer. Und ein Pizzarochen. Ja. Und ein sehr leckerer, äh, also gut, der hat Pizza auch nicht lecker, aber... Äh, die Pizza, die da rauskommt, ja. Also, schaut euch mal vorbei und lasst einen ganz lieben Gruß von mir da. Oh, ja bitte. Genau. Oh, mit K, Markus, oder? Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Doch. Nur die echten Markusse werden nicht wehgeschwürzt. Guck mal, mach ein Zeh draußen. Ein großes Zeh. Das sag ich auch mal wieder an. Einfach machen und immer wieder auf dein Gefühl. Weil immer, auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere, egal in welcher Situation meine Bauchanteilung, war immer die richtige. Ob ich jetzt ins Krankenhaus, genau, ins Arzt, ob es auch in der Schwangerschaft schon war, immer wenn ich wirklich ein schlechtes Gefühl hatte, war auch immer irgendwas. Aber wenn ich sagen, na gut, eigentlich... Ja, laut Ratgeber sind jetzt eigentlich mystik noch so und so. Bauchgefühl ist immer wichtig. Ja, und apropos Schwangerschaft, was mich auch so sehr nervt hat, das beginnt ja mit der Geburt, ne. Und ich glaube auch, das beginnt mit der Geburt, die Ende mit der Geburt. Das Kind beginnt mit der Geburt. Es wird so reflektiert auf die Schwangerschaft und so und ich fand das auch immer so blöd, dass einem da schon immer Leute so ungefragt Tipps gegeben haben. Kennst du das auch? Mhm. Das macht man nicht. Das macht man, also nur bei schwangeren Frauen kommen plötzlich Leute an und geben einem irgendwelche Tipps. Ich hab das Gefühl plötzlich, da, jetzt dürfen sie mal. Oder grabbel in den Bauch. Das ist ja nicht so, als wenn du einen Hund hast, ne. Ja, alle streichen erstmal in den Hund. Hört ihr auch an. Und ich finde, wenn man fragt, nach Tipps ist das super, ne. Aber Micha, ich fand das krass, bei uns war es vor allen Dingen mit Zwillingen. Doppelt so schlimm. Da waren ganz viele so, euer Leben ist zu Ende. Oh, Zwillinge, oh Gott, ne. Und ich dachte immer so, oh, ist das jetzt wirklich so schlimm? Und dann, ich dachte immer, ja, ist das wirklich so schlimm. Aber wir kommen irgendwie nach Italien und dann sagen alle, oh, gratulazione. Nur, nur zwei. Oh, guck mal, Kinder machen und so. Und das ist krass. Ich fand das echt, so diese Erfahrung zu machen. Das ist krass. In Italien ist es ja nochmal anders, ne. Mit ihren Großfamilien. Ja, in Italien. Als wenn die alle Zeit haben, oder? Ja, aber das krasse, auch in Italien sind die Kinder immer so eher mit dabei, ne. Ja, das stimmt. Ich bin ja so mitgezogen. So, das fünfte kommt dann einfach nur unterm Arm. Ja, das ist lustig. Ich glaube, da ist halt, die Kinder sind auch nicht lauter als die Eltern. Deswegen. Ja, oder? Wenn die essen, dann sind die auch erschöpft. So, irgendwie sehen meine Haare halt so lustig aus. Ey, ich hab die Bücher jetzt fertig bekommen. Also eins ist für mich – zwei. Du hast es reingeguckt. Zwei darf ich nicht. Was drin steht. Soll ich mal gucken? Soll ich mal gucken, was drin steht? Oder ist das eine Überraschung? Was ist das eine Überraschung? Bin ich gut? Nein. Lieber Zuschauer. Soll ich bei uns schon gucken? Nein, ich lese es euch nachher vor. Ja, auf jeden Fall könnt ihr zwei von denen gewinnen. Voll cool, ne? Aber Peter hat gar nicht unterschrieben, oder? Was ist los? Oh nein, eine Eislache entdeckt. Das ist das Problem, wenn man Kinder alleine Eis essen lässt. Jetzt geht's nach Hause. Oh, das war so schlimm. Ja, ich fand's auch richtig schön. Das hatten wir wirklich so in der Form noch nie. Ja, das stimmt. Das ist echt bei den Kindern. Und eigentlich hat es mit den Kindern mittlerweile auch ganz gut geklappt. Und es hat jetzt immer gut geklappt. So, jetzt müssen wir noch das Sorgenpüppchen suchen und dann geht's ab nach Hause. Ja, wie sie da stehen. Na denn, ich glaube, wir haben alles. Wir wohnen nicht so weit auseinander. Guck mal, sie winkt doch.